das sieht komisch aus der wandert so hinter der omi so das sieht sehr sehr komisch aus also das ist so eine serie wo ich sagen muss man muss sich von anfang an angucken weil mittendrin anfängt macht kein spaß aber von anfang an also was schon fahren ist eine der wenigen serien wo ich persönlich sagen muss sie ihre die immer weiter gehen kann und die macht aus dem bock so andere serien zum beispiel mit richtigen menschen so zu 100 das ist aber gut zweite gegner dritte staffel ist langweilig untertinger sieben staffeln also nicht so sehr knüller bis das nächsten oder übernächsten monat dafür zwei manchmal ansonsten so also ich finde macht schon fehlt man muss halt über die erste folge hinaus will ich schon das angucken erste folge nur angucken da kannst du den anime irgendwie eine anime erste folge angucken und was die noch wollen ich mag nicht so fest ansonsten hier technisch ist ein bisschen mauer battlefield 6 nächsten monat soll ich bin nicht mehr wahrscheinlich vorbestellen aber auch nur weil ich zu viel geld habe weil eigentlich battlefield es kommt nur scheiße nur noch aus aber wenn man denn sonst ich weiß nicht was überhaupt neu zu spielen gibt es halt leider keine guten spiele jetzt holen nicht meines wissens battleship yamato davon gibt es ja verschiedene project meinst du das ding wo da die die großen darunter stürzen wird eigentlich bloß ok heißt oder was meinst du ich kenne gibt es ja ich glaube ich bin mir an den kannst du sicher das ding wo einer da halt weiße haare jetzt auch eine finale ja doch die projekte ist das ding was ich auch kenne bei stafeln gibt es auch ganz gut damals die serie womit die angefangen hat mit animes das ist aber eine serie ein bisschen zum überlegen das spiel zwischen teil ja 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 und raus lassen so so ja 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist das doofe Angelturnier an See vorbei. Das kann mir viel streicheln. Ich bin hier Bock. Aboi melken. Komm, noch streicheln. Oh, okay. Oh, okay. Jetzt gucken wir mal hoch. Siehste, kann ich ja auch endlich mal die komigen Säcke da identifizieren lassen. Habt ihr auch bis heute nicht geschafft, den dritten Dungeon bis runter zu kommen, beziehungsweise dass ich da irgendwie... Wie heißt das? Mitre oder so abbauen? Wie bis heute hin? Was? Ich hab Mut dazu, oder was? Ach krass, bitte nicht. Okay. Den machen sie auf, okay. So, wo muss ich jetzt hin, dass die irgendwie sagen, ja hier, äh... Weiß da... La... Sprachmethod? Ah... Ah... Da steht auch bloß wieder vor dem Kamin. Ganz gruselig. Da, wenn... So... So. du musst dass das das machen und die einfach überall suchen muss dass die rot klagen daneben ankommen die schon scheiße ich mag es mir jetzt nicht wenn dann soll man richtig sagen muss dass das was machen so wird wird es überhaupt für hausverweiterung haben 1000 das schiebt weg und Bläh, bläh, ja na bläh. so stimmt er wollte identifizieren lassen oh jetzt kommt er wieder ja wir haben hier wirklich nirgendwo was ich habe auch ein video mal kurz hinein geguckt zwischendurch hat es macht also die latschen auch permanent hin und her und irgendwann kommt was gemacht wollte die flexible oder ich habe keine Ahnung was wir geraten hier heute